Du fährst aber nicht, oder? Ich lenk nur ein bisschen das meiste machen, die Rehntür. Es ist Weihnachten! Was ist das? Das ist eine direkte Hotline zu Santa persönlich. Ich kann mit Santa sprechen, echt? Willkommen zu eurem miesesten Weihnachten aller Zeiten. Du hast 300 Millionen Dollar in deinem Tresorraum liegen. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Santa, bist du da? Ich will keinen Ärger, okay? Wirst du uns helfen, Santa? Der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Santa? Diese bösen Männer sind auf meiner unartigen Liste. Zeit für etwas Weihnachtsprügel. Ich glaube an dich, Santa. Ja!